Das Kind, das liebste Kind, der schlafen will, 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 will. My passport. My embassy said, go to the police, I need a paper. Yes, passport stolen. Name? Maria. Papa? Was, wie kommst du denn hierher? Weißt du, wie du dich angehört hast auf dem Anrufbeantworter? Und dann fliegst du mir direkt hinterher. Hatte ich früher als Kind mal so eine. Kommt mir total bekannt vor. Es war mir eine Ehre. Maria. Mhm. Alejandro. Wir müssen zusehen, dass du so schnell wie möglich wieder weiterreisen kannst. Es geht doch nicht, dass du hier drei Tage festsitzt. Warum lenkst du jetzt ab? Ich lenke nicht ab. Liliane und ich sind nicht deine leiblichen Eltern. Wieso habt ihr mir nie irgendwas erzählt? Wir dachten, dass es so besser für dich ist. Dank der Diktatur haben die Militärs wahllos Leute verhaftet. Und habt ihr mich einfach mitgenommen? Maria, du warst drei. Maria. Kannst du mit mir zu meiner Familie gehen zum Übersetzen? Ist Anton Volkenmeyer hier? In Buenos Aires? Maria, bist du da? Ich stelle dir nicht so viele Fragen wie du. Weißt du überhaupt, was das für mich bedeuten kann? Wie war das für mich? Ich warte dir nicht so viele Fragen. Wie war das für mich? Ich warte dir nicht so viele Fragen. Wie war das für mich? Vielen Dank.